Der ist die OP, ja okay. Der Hut ist OP! Der Hut ist OP, ja. Was kann der denn sonst? Oh fuck! Klein und asiatisch sein. Okay. Weil das eine Bild ist, ist Asuna, die einen Charakter cosplay hat von anderen Spielen. Nils wollte fragen, wie das Auto besser steht. Der kämpft in der Kiste! Oh, ich hab gedacht, das wär ein Roboter, Alter! Oh, 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 oh! Ich glaub, du kannst doch von deinen eigenen Text getötet werden. Oh, wie mies, Alter, ich musste... Was ist das? Der war doch doppelt! Der kann einfach in eine andere Dimension der Kiste, ne? Pff.. Oh fuck. Können wir ruhig bleiben. In nem gleichen Gebäude mit dem Ish-Nys-Fürzehner Gebäude! Alles verschillt! Alles! Alter, warum ist das alles nass? Oh mein Gott, ein neuer Moment. Sehr gut. In der Zeit, in der wir gezeugt haben wir 5 Sachen aufgenommen. Ja, ihr. Das ist wie mit den Nüssen und dem Handy. Sehr gut. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Kevin? Meine Wasserflasche war komplett voll. Da habe ich einmal drauf gedrückt und ich habe das... Und du hast nicht zugemacht. Ich habe nicht zugemacht und ich habe gedrückt. Ich habe nicht zugemacht und ich habe gedrückt. Also ich muss da noch ein bisschen druck machen. Der ganze Boden ist gefühlt. Nass. Der ganze Tisch ist gefühlt nass, Alter. Ich stelle mir das so gut vor. Ja, egal. Wie ein Cartoon. Einfach so was da nach oben. Das ist wahrscheinlich so eine richtig weiche Flasche. Wenn du einmal drauf drückst, schießt er einfach bis zum Boden. Ja, das ist vom Ding. Diese Flastikflasche, was du da immer kaufen musst. Egal, der Franziska merkt es sowieso nicht, wenn das nass ist. Kommt eh am Freitag, das trocknet schon. Oh mein Gott. Das wird diesen Piloten nicht gefallen. War es zwei Salben? Das war deine Mutter. Einfach in die Munizone reingetragen. Der kommt. Oh. Juvastry, ich komme. Die Map ist weg. Du musst alle versteckt sein. Oh mein Gott, Messer kill! Ach du Scheiße. Hey Digger. Digger. Ich brauche meine Map wieder. Meine Nü... Oh fuck. Da haben wir gerade auf dich was geworfen. Nee, ich habe es einfach vor mein Gesicht geschmissen. Gnom, Alter. You just got... No, no. No. Oh, ja. Ich habe es einfach nicht. Schnell, du Scheiße. Ey Digger, was... Oh, oh, oh. Oh, no. So, jetzt hat es Gott gesehen, Alter. Oh, Junge. Oh mein Gott. Ich bekomme AIDS in meinem Arschloch. Ganz voll. Ganz tief in meiner Behinderten-Fotzer schaffst du das? Klappt das? Bro, man kennt's, oder? Alter, der hat ja schon die Termin übernommen, äh. Der Benji, äh. Oh, ich hab so viel Angst. Ich hab dich nicht gesehen, Alter. Ja, sehr gut. Ich geh dann nach raus und dann mach mal nochmal, ey. Das ist mir dann egal. Bis gleich. Wem ist das egal? Mir. Wem? Wer ist mir? So spastig, Alter. Spastig, Alter. Oh! Alles klar, Alter. Oh, Junge! Ach, du Scheiße! Jihau! Ey! Hast du ihn angehackt? Ja. Ich wollte ihn in die Luft heben. Es ausser, als hättest du eine Fatality-Skorpion gemacht. Ja, ich hake ihn ab, aber er explodiert. Was ist denn? Bist du das, Christian? Nee. Oh! Ich meine, was. Ja! Das glaub ich nicht, Alter! Schau dir das an Kevin, wie du da gespielt hast. Ja! Oh! 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 Ich hab den Tisch komplett fast kaputt gemacht. Haha! Jo! Junge! Ich schwöre! Fast komplett! Oh! Oh! Scheiße! Hahaha! Alter, da ist so ein Riss jetzt! Das kannst du ja wohl glauben! Jörg, was hast du denn gemacht? Hahaha! Hahaha! Ja, Gott! Der hat auf den Tisch gehauen, oder? Oh! Oh! Oh, da ist hier! Oh, da ist hier! Oh, da ist hier Auto pistol! Oh, fuck! Ja! Ja! Ich darf das! Oh, fuck! Die du dich instant auf dem, die musst du aufladen kannst. Oh, je. Mach den Tisch nicht noch mehr für dich. Oh mein Gott, Alter, yes! Ich fick einfach diese super, die ist zum kosten, pfuh, ne, so überhaupt nicht, ja, das ist sehr gut, eine Pisse, Alter. Alter, da hat er einfach verloren. Ja, einfach instant, Digger. Keine Callouts. Keine Callouts. Keine Callouts. Keine Callgirls. Ah, der ist links bei mir. Leute, du hast einfach kein Leben verloren. Ja, du hast mich auch nicht getroffen. Das war nicht so gemeint, das war halt einfach, was passiert ist. Oh, nein. Oh mein Gott, während Kevin sein Krankheitsfeuer. Das glaube ich jetzt nicht, Alter. Warum rennst du zu? Ja, die Luftwecke. Na, Junge, war das jetzt krank, der Kampf, Alter. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wo sind die? Ich hab ein bisschen Angst, oder? Krankheitsfeuer. Jo! Chris, mach ihn, es hat alle! Junge, mach ihn, Alter. Junge, mach ihn, Alter. Oh! 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 Das ist böse, Alter! Der Klaus! Der Klaus! Ah, so! Der Klaus! Was? Der Klaus! Der Klaus! Ah! Ah, schon wieder gegen mich! Ja, du wolltest doch tasten, Alter! Ja, wie tastet man besser? Und jetzt ist da keine Sniper, Eure. Ich bin ja nicht eng gewesen. Ah! Ah! Hör dir darüber, wie armen ihr seid. Ja. Sorry. Ha, ihr Süßen! Ja, leck mich! Ach du Scheiße! Oh, Alter! Kevin, sind das die Müsse, wo du da bist? So ein Tier, Alter. Ein Tier, das über etwas hinwegfällt. Bist du ein Xenomorph? Kevin? Junge! Das ist fucking creepy, Alter. What the fuck? Es klingt so, als würde einer ein Hähnchen mit Knochen essen. Oder einen Menschen. Jo! Junge! Der will auch noch aus der Lüfte erobern. Er denkt, der ist Vakery. Ne, er war einfach noch. Ne, du hast die Jacke von Vakery. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war völlig krank! Oh, das will ich... Oh, shit, Alter! Ich bin voll immer bei dir, Alter! Ich... Ich... Wir sehen uns doch voll oft und dann... Ich versuche halt... Oh! Oh, Junge! Ich versuche halt... Ich versuche halt... Ich versuche halt... Ich versuche halt deinen Schlüssen zu entkommen, wenn du auf mich beißt. What the hell? Yo! Oh nein! Er fliegt... 30 Kilometer zu mir und schlägt mich! Chris, bei mir war einfach in der Luft stehen geblieben. Richtig komisch. Ja... Ich will das mal kurz... Alter, der... Ghost... Von... Nakashino. Nein! Oha! Ich dachte ich wäre um die Box rum. Ne, ne... Den war... Den waren schon... Das ist ja... Oh! Oh mein Gott! Hedge... Hedge... Hedge- Und Nahkampf. Ach du Scheisse! Alter! Sehr sehr... Sehr sehr... niedriger Kram. hints auf... Oah... Ah... Juhu? What the fuck... Juhu? Wot the fuck? Was the hell... Es ist so komisch, alter. Juhu ist auch richtig komisch. Wot the fuck... Ich habe ja die ganze Zeit das geile Geräusch gemacht und bei dem Mikrofon immer... Oh fuck. Du scheiße! Ey, das war nice, Alter. Der kam auf einmal an, oh mein Gott, der ist ja so schnell, Alter. Holy shit! Alter! Ich nehme das mal auf. Ich glaube, das ist ein bisschen sick. Ich nehme das auch an, Alter. Oh, was du Schock? Nein, das nicht. Oh! Oh! Schieß es. Schieß es, alles gut. Er hat einfach Bock drauf. Ah, da unten. Das hätte es doch nicht gegangen. Alter, das ist ja gut, Alter. Oh, ich habe den Fast doch geholt, Alter. Ja, du Wichser. Fast! Fast! Oh mein Gott! Alles klar! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Höö... Wie konnte ich den nicht killen, Alter. Ich schwöre auch mein Gott, Junge! Ich mach gleich Ernst selbst, noch Leute. Ich schneide mich einfach mit dem größten Messer, wo ich von meinem Bauch aufhalte und dann wickele ich mir das Gedämmel um meinen Hals und spiele dann mit Seilspringen, Alter. scheiße alleine spiel ich soll springen oh der war das andere war sehr geil da war ganz ein bisschen glück dabei aber das war schon geil los meine jungs wo ist der hin aber meine jungs haben gar nicht verbunden der ist schon weg ich bin einfach sehr gekonformiert zweckgerannt aber junge wie viel schuss hast du noch drei stück das muss ich komplett übertreiben das waren drei stück ich wusste es scheiße nein kennst du das nicht wenn man sagt sieht aus wie in den tag nur hingeschissen das ist einfach wenn du jemanden so nennst du weißt du noch kevin hat mal keine ahnung was hab ich du bist halt drüber auf start du bastard ja nicht ewig zeit war davon hat nicht ewig zeit aber es muss aber schnell essen aber alles geschnuppert da steht ja so ne ganze melone wo ist er oh alter ich hab die kürze nicht gesehen und dann nicht mehr ich finde ich schon sehr unterhaltsam oder wo ist er ich bin gar nicht mehr gesehen oh mein gott oh mein gott die karussell technik ich nehme es jetzt auf kummehr kumlau aha passi oh oh fuck du scheiße der war gut der war ja oh ah oh ne ah ne da bin ich nicht oh du scheiße oh 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 holen wir den jetzt ich hab ihn fast oh nein was eeeeeeh aaaaaaah komon oh shiit wir haben uns beide erschossen ach so mit unterschiedlichen waffen aber das ist krass unterschiedliche Waffenzeige zu töten ist. Das war geil. Okay, das mussten wir mal anschaffen. Ist jetzt nicht die Nummer 1. Meinst du jetzt auf so, wer tut das? Nee. Nein, hast du gesagt, dass ich schwul bin? Ja. Ja. Ich lege. Ich lege rum, Alter. An was leckst du denn? Ich habe keine Ahnung, Alter.